Guten Abend, ganz herzlich willkommen. Nach der Fußball-Bundesliga geht es jetzt wie gewohnt bei uns weiter. Und so ähnlich wie in der Sportschau eben gerade, fassen wir ja im Grunde hier auch die Ergebnisse eines Spieltags zusammen. Unsere Spieltage hier sind jeweils die Samstagsveranstaltungen des Deutschen Lottoblocks. Heute geht es um die zweite Samstagsveranstaltung in diesem noch sehr jungen Jahr. Und die Ziehungen oder um im Bild zu bleiben, die Austragungen finden ja auch jeweils an verschiedenen Orten statt. Die Glücksspirale zum Beispiel wird in München entschieden und das Spiel 77, das wird in Wiesbaden entschieden. Und hier sind unsere ersten Ergebnisse. Das Spiel 77 lautet 8-4-5-0-7-7-2. Und die Glücksspirale sehen Sie wie immer hier unten eingeblendet. Und die Super 6, die wird in St. Brücken entschieden. Und hier ist die Gewinnzahl. 2-7-8-3-8-2. Und jetzt kommen die Lottozahlen. Ich hoffe, lauter positive, schöne, glücklich machende Zahlen, weil es Ihre Zahlen sind. Die 1, die 5 und die 15. Dann die 35, die 37 und passenderweise dann noch die 45. Und mit der Superzahl sind wir komplett. Und das ist die 3. Das war's von uns. Ich hoffe, schöne Zahlen. Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss.